leute und willkommen auf meinem kanal lorde unruhiger heute mal ein kleines giveaway und zwar will ich hier dieses falke live slaughter in minimum wear condition fair giveaway ja guckst das ist glaube ich um die 110 euro wert bin mir gerade nicht sicher und ja was ihr dafür machen müsst ist schreibt einfach mal in die kommentare wieso ich euch dieses knife geben sollte dann schreibt mir noch euren trade link und dann per zufalls generator also ich gucke dann wie viele kommentare da sind und dann macht das schon auf jeden fall ja werde ich dann einen kommentar auswählen per zufalls generator aber und nur wenn mir der grund wieso ich euch das knife geben soll gefällt nur dann kriegt ihr das knife ja einfach in die kommentare schreiben wieso ihr das wollt trade link in die kommentare und ja das war's dann bis zum nächsten mal ciao